Wir haben wir heute eine sehr spezielle Episode von NBORN und zwar müssen wir, tja wie sagen wir das am besten, wir dürfen jetzt eine spezielle Episode von den Lashy LP spielen, eine extra Kampagne die er gemacht hat. Und zwar heißt diese Chainsaw Manz Verzweiflung, 5 Level beinhaltet sie, ich habe einen Link in die Beschreibung gestellt, da seht ihr warum ich das ganze hier machen muss. Und da würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, Chainsaw Manz Verzweiflung Level 1 und es sieht aus nach sehr vielen, ja sehr vielen Dingern, was denkt sich der Lashy LP dabei, viele Dinger hier hin zu machen. Viele Dinge sind doch grausam und, oh wir haben eine rote Platon, das hätte tödlich enden können oder auch so ähnlich. Wo geht hier das, wo ist das Ziel? Da. Ähm, okay, ich dachte so, scheiße. Wieso falle ich da runter? Okay, ähm, ich schummel mich jetzt einfach dran vorbei, weil er hat das Antischummelprinzip irgendwie nicht so ganz verstanden. Ähm, okay, weiter geht's runter, 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 runter. Ziel. Er ist das Ziel und wir fallen weit runter. weiter runter voll und treppen treppen wieso treppen das ist ja das nirgen gang oh gott rot ist nicht gut ich muss ja wie hochkommen er wieder hochschieben ach gott ich bin da voll gegen geknarrt ok nochmal nein wir hast das nicht zu kräg ok kann mich auch wieder hochschummeln ja was sagst du dazu damit hast du nicht rechnen dass wir schummeln ja hochgeschummelt treppen ja treppen sind auch cool für jede einzelne treppenstufen weißt du viel spaß noch treppen springen dies so süß macht mir ganz viel spaß treppens machen und ihr braucht das geil versuchen irgendwelche treppen bei mir reinzubauen treppen mag ich nämlich treppen yeah es geht nicht weiter warum geht es nicht weiter das ist jetzt irgendwie scheiße ich komme zu keinem entschluss ich spring einfach mal yeah nein hier ist einfach nichts okay da habe ich noch eine vermutung ok ok nein nein ich musste irgendwie lang kommen ich musste lang perfekt und hier nach oben hier nach oben ist eine schöne fahrt nach oben und ich kann mir vorstellen dass er hier noch was hingestellt hat auch nicht was zur hölle einfach so mal runterfallen also irgendwo muss er jetzt hier hin gemacht haben wo zum teufel ist das ziel sonst ziel ziel oh oh da ist es ich habe es gesehen du hast ja ein ziemlich mieses ziel aufgebaut läschi naja 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 ich komme hier nicht weg ich hätte mal lieber wieder schummeln sollen ok nicht zu doll nicht zu doll sonst kann ich da wieder gehen ok perfekt perfekt hoch oder nein nein nicht da lang hier hoch ok weiter geht's noch oben und runter und jetzt muss perfekt fallen und ja ok weiter geht's diese diese leicht hier so da ja perfekt wir haben es level 3 und das willst du kräghi nein kräghi kräghi ist gar nicht da du hast gelogen kräghi ist nicht vorhanden lass kräghi in ruhe ok runterrutschen runterrutschen stirb nein stirb du doch stirb du zuerst ok weiter geht's runterfall bist du weißt du was ich mache einfach das gegenteil von dem was du sagst dich vertraue ich dir einfach nicht yeah ok anscheinend noch runterfallen kräghi ich bin auf kräghi draufgefallen entschuldigung kräghi es tut mir leid stirb ich will nicht sterben ich komme doch irgendwie raus er will dass ich in die ewige grube der verderben fall und dass ich da niemals mehr rauskomme aber das lasse ich ihn leider nicht durchgehen und da war ein extrem ich bin da gerade runtergefallen da war nichts da war nichts da war nichts ok ich muss doch jetzt irgendwie rauskommen lass mich raus danke ok nochmal irgendwo muss er ja was versteckt haben irgendwie vielleicht auf der anderen seite vielleicht auch vielleicht doch so leicht schräg rechts wer weiß ich muss einfach gucken wer weiß es ja nicht hier ne es ist einfach kein ziel ja was hast du dir dabei gedacht ich muss doch kurz schneiden ich schätze mal er hat nicht mit der unsichtbaren spielgrenze gerechnet ich werde das an der stelle einfach mal runter schneiden anscheinend gab es da einfach probleme seinerseits level 4 werde ich jetzt einfach weiter machen und level 4 sieht für euch folgt aus level 4 fallen wir sehr weit runter das finde ich aber super ich mag gerne sehr weit runter fallen aber woher an dich denn bitteschön fallen 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 wo war da gerade das ziel bin ich gerade durch das ziel wieder durchgefallen ach Gott bitte nicht ich bin nicht wieder durch das ziel durchfallen yeah ich sehe es runterfallen heftig geil ich habe das ziel diesmal getroffen heftig ok gut runterfallen diesmal bitte ohne dass hier irgendwo wow so das war knapp das war relativ sehr knapp schwabbel lieber sind schwabbeldinger ich mag schwabbeldinger bauen wir mehr schwabbeldinger rein Treffen ich mag Treffen nicht ich mag keine Treffen ok ohne Treffen ist das Leben schön ah Gott ok das können wir besser das können wir mal einiges besser ah nein ich hasse dich ich hasse dich und deinen komischen roten Dinger nein lass du rotes Ding geh nicht ins rote Ding fallen ok perfekt ja das sieht doch gut aus und ach Gott yo sehr schön weiter 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 muss es gehen äh äh ich fall da immer wieder rauf ich will da nicht rauf fallen gäh gäh ich fall da immer echt wieder rauf ich schummel mich jetzt einfach hier lang schummel 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 ah nein schummel zahlt sich einfach nicht aus Kinder ok schummel ist niemals gut ok ok treppen und diesmal diese Wurzeln aus dem Weg hier hoch irgendwie hoch springen dann hier lang und seit bloß hier haben wir gleich das Ziel oh nein wie lange ah Gott hörst du bitte auch mit diesen Pfeilen wow nein war ja klar das Ziel das muss natürlich irgendwo sein wo man nicht hinkommt ja schummel 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 nein ich hasse es zu schummeln aber es musste mal sein in manchen Stellen ich mag gerne schummel oh schummeln extrem ähm da rechts ich sag ganz schön oft M bei M Ball das liegt wahrscheinlich an den N hahaha hier muss ich ja N sagen statt M hahaha ok der war jetzt wieder grausam schlecht ok deshalb fall ich da aber genau rauf ah perfekt Level 6 Level 6 was geht da ach 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 stimmt ja die anderen 6 Level ja gut Lashies and Peace Level sind jetzt vorbei wir sind jetzt in den Standard Levels wieder drin tja Lashies and Peace was soll ich sagen heh du hast ja ganz nette Ideen da reingebaut also was ich jetzt ganz witzig fand war deine schönen Schriftzüge das hat mich gefreut und ähm was dir auch noch interessant war war dass du immer irgendwelche tiefe Abgründe gemacht hast wo ich erstmal tausend lang jahrelang das Ziel suchen durfte was ähm jetzt natürlich ein Fehler war war natürlich Level 4 äh ne Level 3 war das glaube ich da hast du enger Fehler gemacht das weiß ich auch nicht was es lag wahrscheinlich wieder irgendwo ziel sonst wo aber gut sonst ganz nett gemacht ich finde das super dass du dir da was ausgedacht hast dass du dir da was ausgedacht hast dass du so gesagt hast du machst das nochmal du machst du nochmal ein paar Level für mich finde ich super finde ich gut Craigy genau ich setze mich jetzt bei Craigy rein bei Craigy fühlt man sich wohl Craig und da fühle ich mich super und ich jo ich seh euch dann nächstes mal bei einem Endball Video hast du super gemacht Lashies noch mit vielen Dank dafür dass du da was gemacht hast und man sieht sich dann nächstes mal ich muss dazu noch sagen es wird nicht das letzte Fan Endball Video sein es sind mehrere Leute da die jetzt halt sogar schon an ähm Endball Kampagnen arbeiten ganz unabhängig von Lashy LP also die haben sich nicht abgesprochen oder so die fangen einfach auf einmal alle an mit dem Editor da was herzustellen mit dem Endball Editor also wenn jemand noch Lust hat ja viel Spaß dabei der noch Kampagnen machen möchte Level sich damit auskennt viel Spaß also bis zum nächsten Mal bei Let's Play Endball ja